Einen wunderschönen guten Abend, wir sind heute in Manchester, die Szenerie ist UKAN 2000, wir wollen Pyrrhican und Luka am Stadtmachen, um auszutesten, wie das Ganze in AUXG gut aussieht. Ich stehe inzwischen auf der aktuellen runway, also der 06 rechts, und wir fliegen dann Richtung Norden bis nach Manchester hoch. Der Flugplatz liegt ja südlich von Manchester. Überfliegen die Stadt und dann gehen wir zurück zum Flughafen. Also lasst uns starten und los geht es! Wir nehmen 2000 Fuß, das ist ausreichend und das sollte auch sichtbar werden. So, ich habe mal die Sicht frei gemacht, wir fliegen also jetzt schon schnurstracks aufs Zentrum von Manchester zu. Ich habe mal das Opus Live-Wetter rausgenommen, alleine wegen der Sicht, und wir gehen jetzt mal runter auf 1500 oder 1200 Fuß. Ja, nun kommen wir der Sache schon näher. Eigentlich sehr schön gemacht wieder. So, hier der Turn. Und nun sind wir über der Stadt angelangt, also das Zentrum überfliegen wir jetzt. Jetzt geht es hier richtig zu arbeiten über solche Städte. Ab und zu gibt es doch mal einen Wobbler. So, jetzt fliegen wir parallel zum Platz entlang einer Autobahn, die andere kreuzt und wir werden dann eindrehen und wieder landen. So kann ich doch die rechte nehmen, die ist lang genug. Etwas Sturzflug heute. Macht aber nichts. Also die UK 2000 Szenerien sind echt frame-lastig, vor allem wenn man so in 5.890 mal 10.80 fliegt. Gut, wir sind wieder heil unten. Das soll es aus Manchester gewesen sein. Gut, wir sind wieder heil. Gut, wir sind wieder heil. Gut, wir sind wieder heil.